So, jetzt tun wir den LKW körpern. Und dies zur Basis. Wir können nicht körpern. Wie ein Pirat. Was soll denn das sein? Ein Opel Blitz? Kann ich sein? Warte mal da. Fahrt rüber. Geht schon. Hey, der deutsche LKW kann das. Oh, gut. Wenn ich den Sammfahrt rüber, ist es mein Biss, oder? Dann tue ich das Auge weg. Den muss ich gut zumbringen. Ja, die Nazis. Ich komme jetzt. Schnell wie ein Blitz. Was soll ich denn? Ich hoffe, der 50 ist nicht gut. Ja, bei 40 ist das schon im Limit. Was soll ich denn da sein? Ja, das ist ein Blitz. 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 Ja, da wird die anderen zwei. Rechts haben wir. Oh Gott, schön. Die guten. Die guten. Der popt da weg. Grundgütiger. Die flackert da rum. So mal. Kann ich hupen? Geh' wieder. Geh' wieder. Geh' weg. Weg von der Straße steppen. So, Wegzeiten. Darum die Basis. Geh'. Landsebrunnen. Wie schaut das aus? Wollt ihr meine Papiere sehen? Ja, man nicht. Geh' gar nicht. Der lohnt dann jeden dich meiner. Oh, hier doch. Der hat wieder rennen. Ja, das ist der Fall, ich muss back in den. Ich habe den anderen LKBs. Ja, raus schon. Gewicht da. Komm, ich pack da rein. Alles gut. Alter, das ist ein tollen Trip. Da schon. Was sind die Nazi-Klassiker? Zur Belustigung des Volkes. Super sauf. Die Dokumente beschaffen. Links von mir. Den Gefangenen neutralisieren. Das ist er. Wie heißt der? Herr Dietrich Melzer. Sturmbahnführer. Das wird die Obersau da erinnert. Ist er das? Warte mal. Der saust da da umeinander. Geht der da rein? Der war schüttelnden rund umschüttelnden. Der läuft nämlich die Punkte. Obst du das? Da drüben wir ihn. Und der war schön doof hier. So ist groß. Komisch. Boom. Geh mich da rein. Vielleicht erwischt ihn gleich. Aber gerade die Frage. Kommt dir ein Lutz oder eine Begleitung? Wenn er brauche ich dann Lutz. Kommt. Wie kommt's? Wobei. Scheiße, uli zwei Jü. Moin dies. Koppel, da war Saft bei hinten, oder? Ohi da. Hat er das zu sehen? Tut die Knochen weg. Kein Blöck mehr. Da biegt das neue Blut unter dem Adler. Passt ja. Mach mit zu da. Zeig dir ein bisschen. Und du siehst diesen Depp nicht auf keinen Schuh. So, was hab ich jetzt für eine? Eine SS-Uniform kann nicht sein. Passt ja. Steht mir hier. Aber der Depp da. Der liegt doch schlecht. Beide auf, ihr Kamerad. Pflanzt ihn durch. Der schläft sich auch ganz gut. Pflanzt ihn durch. 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 fragt, wie? Soldaten, wie schaut er aus da. Gefahr dich die Musik schon? Gnade der Klassiker. Was hat der gemeint? Die Dokumente. Da drin. Oh, warte mal. Hier da. Der kann bitte kennen. Die sind vom Schwarzen Orden. Da ist der Dietrich. Ja, die Säcke. Deine Wiesche schon noch. Koppel, der wird retten schon, oder? Wir sind die unter uns. So, dann haben Sie sich sensiert, was es zum sensieren gibt, gell? Die Säcke. Der Panzer. Deine Waffe. Der hängt da rum. Der Sieg um jeden Preis. Dokumente. Der hat die umhört. Eingang ist noch für Defiziere. Was sagt der? Oh. Der Liebergut. Gemeingefährlich. Nur für Offiziere. Die Doine. Mit Dietrich öffnen. Kein Blädoch immer. Scheiße, ein Offizier. Soldat. Wollt den nicht stören. Ja, da schaut er. Hat er nicht kapiert. Moment. Im Gleichschritt. Oh Gott, was hab ich gemacht. Ein Offizier. Aber Fräulein. Dann sieht er nicht. So ganz ein Lutz. Aha. Boom. Ein Offizier. Mach mich zu, da. Schau mal, Chefin. Hat du die Bedürfnisse, dass du mal gehst? Nein, du bist weg. Ja, mach ich da draußen vorbei. Wenn ich sie da beseite, mit Chloroform, vertragst du das schon, oder? Ein Schluck geht immer. Seht ihr's? Und der da drin, mach ich das. Mit dem Revolver muss ich schnell sein. Mit dem Kauwoll. Was schreibt ihr da? Der Eintritt nach dem 17. Lebensjahr. Dann dürft ihr Waffen, als es ist. Das wird dann dürft ihr voll nicht büren. Kamerat, wie schaut denn aus? Scheiße. So schnell war er nicht. Pass auf, er liegt unter dem Fenster. Da liegt er ganz gut. Pass auf. Die Kleidung, die kriege ich nicht. Ich hab' ich gehört. Scheiße, Mann. Hey, Mann, die kriege. Sie hat das bloß nicht ausziehen. Ja gut. Steh mir nicht voll. Was ist das? Scheiße, die Grenate? Toll! Ihr wolltet an deiner Kameraden? Pass auf, tu woma! Der ist da drinnen, der redt ihn nicht! Komm mit, der geht! Oh Gott! Was ist das? Was ist los? Bumma sagt nötat! Ist ein bisschen blutig geworden, aber weg sind die Buben! Kleidung wechseln, gehts jetzt! Aha! Das heißt, wenn ich die Kleidung mit durchlöchert, dann krieg ich sie nicht mehr! Bei der Falle stellen! Könnte ja sein, dass nur noch einer stülpert! Kameraden? Jetzt spiel ich den Nazi-Offizier! Soldat! Schnauze geradeaus! Und Schnauze halten! Schnauze halten! Bumm, weitermachen! Mach schon mit dir heufig! Kumpel! Kumpel, was sagt nötat? Das bei ihr neuste Kleider! Passt, oder? Schaut du mich an? Augen geradeaus! Schnauze! Äh, Dokumente! Da drin! Hab ich gespeich gehabt! Will mich kennen wahrscheinlich nicht, oder? Alles gut! Ich bin der neuste Offizier! Leider nur so! Mit dem Dietrich öffnen! Scheiße! Kein Blöd durch ihm, oder? Wenn ihr nicht zuschaut! Was haben sie da? Jetzt kriegst du die Bälle vom Oberdeppen! Eher mal schüttel raus! Sehen wir wie so schnell? Und dann muss ich zuhauen! Und dann muss ich zuhauen! Mit dem Chloroform! Wenn ihr zuhaut! Und dann muss sie zuhauen! Und dann muss sie zuhauen! Und dann muss sie zuhauen! Und der andere kommt ja, oder wir? Au! Freund der Nacht! War drinnen gewünscht! Jetzt wollte ich ihn gerade fragen, ob er reingeht. Dabei ist er schon vor dem Tier gestanden. Pass auf, kriegt den Freund. Pass auf, mit dem Dietrich. Au! Das passt. Das passt doch nicht. Pass auf. Die läuft. Bumm, wir haben sie. So, dann fällt mir gerade noch. Daher melzt er. Ja, was auch. ücken Koffi. Wow. Was auch. Oho! Was auch.